Hallo, hallo, hallo. Hier ist ein neuer Sportvlog. Heute wieder aus dem Wald. Ich laufe ein bisschen, mache ein bisschen Workout und dann sehen wir weiter. Mein Plan ist es heute hier den Bergenpammer zu erklimmen. Läuferig. Jedes mal wenn ich hoch und runter gelaufen bin, mache ich eine Workoutübung. Mal gucken, was das sein wird. Denke ich mir dann aus. Irgendwas Bescheuertes. Irgendwas Anstrengendes. Und dann sehen wir weiter. Also, es geht los nach der Musik. Musik Musik Jetzt bin ich dreimal den Berg da hochgekraxelt. Ich mache jetzt hier so eine Bauchübung, bei der ich so ein bisschen reden kann. Es ist schon anstrengend, den Berg da hoch und runter zu rasen. Ja, dreimal bis jetzt. Mal gucken. So sieben, acht Mal wollte ich machen. Ich muss aufpassen auf mein Knie, weil da darf ich nicht zu schnell runter vor allem. Hoch geht, aber runter ist gefährlich für mein Knie. Das mache ich jetzt nochmal so 20 Sekunden, halten, halten, halten. Bauch nicht auf dem Boden, sieht man jetzt gar nicht, aber der ist in der Luft. Der ist natürlich in der Luft. Dann geht es gleich wieder da hoch. Ich liege hier im Laub. Auch bescheuert. Der Ast, der puppelt mir fast an der Nase hier. Jetzt geht es nochmal den Berg hoch. Oh. 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. So, jetzt nehme ich die Kamera mit, weil ich bin schon siebenmal da hochgekraxelt, den Berg. Das achte Mal komme ich nicht mehr runter. Und oben, wenn ich oben bin und nah war beim Auto, dann melde ich mich gleich nochmal. So, ich bin jetzt an meinem Auto angekommen. Hinter mir bricht gerade die Hölle los, da ist irgendein Feueralarm. Hört man das? Irgendwas ist da los. Auf jeden Fall, ich habe es geschafft. Ich bin da. Ab nach Hause. Nichts wie weg vom Feuer. Cheerio mi Sophie, bis dann.